Und ich muss es nochmal sagen, das Handwerkerbier fehlt euch handwerkliches Geschick, gönnt euch Handwerkerbier und ihr trefft jeden Nagel auf den Kopf und es läuft und läuft und immer besser und guck mal, ich schiel schon, es sieht immer so aus, weil ich halt auch rübergucke anstatt da rein, bin ich so gewohnt von den Pokémon-Videos und es wird immer lauter. Was ich mache, eigentlich mache ich gar nichts, aber wir sind jetzt bei Tag Nummer oder Uno, nix, drei sind wir eigentlich und der ist, wo wir jetzt heute mit mir zum Videodreh gehen, da hat sich schon gesagt, da hinten oben sind Treppen, wenn ihr das seht, kann man ja mal machen, was wir auf den Treppen machen, das seht ihr bestimmt demnächst, aber erstmal, der fummelt nämlich da noch rum, braucht mal ein bisschen Wegzehrung, dafür haben wir hier noch was vorbereitet. So, denn wie soll ein Tag denn sonst beginnen, darauf erstmal ein Becks, denn da gab es einen Streit und das letzte Bier, es war nämlich nur noch ein Holzen da und ein Becks, das Holzen da ist der Flasch, hat er Ismo genommen und dann muss er erstmal gucken, dass er mit seinem Korkenzieher das Bier aufkriegt. Boah, würde ich sagen, vielleicht geht es heute Abend dann mal ins Pizza-Haus, mal neben Udo Burger, was er die besten Burger hatte, also Udo Snack, wo es die besten Burger gibt, soll es angeblich ja auch noch die beste Pizza der Welt geben, in irgend so einem anderen Pizza-Restaurant, da gehen wir dann vielleicht heute auch nochmal hin und die Tage wollen wir auch nochmal Schnitzel testen, da kommt also auch noch einiges auf uns zu, darauf erstmal Prost und mal sehen, was sonst noch so geht. So, jetzt stehen wir nochmal hier davor und ihr seht also da oben, will der dann drehen, auf den Treppen, denn das sind Treppen in den Treppen, wir drehen uns nochmal um, zeigen nochmal wie das aussieht. Ah, renn doch nicht weg, Bruder. So, da geht es nämlich beachtlich hoch, huiii, na, die Zeiten sind vorbei, gell. Was soll denn? Ja, guck mal was da wächst. Wow, das ist ja, ne, drei Tage Bad, mal anders. Warum gibt's hier Giftpflanzen? Ist das normal? Guck mal mal, ich soll mal da hochkommen. Immer aufpassen, wo ihr hintretet, wenn das Bein weg ist, ist es zu spät, ich sag's immer wieder. So, und wir haben uns jetzt hier angeschlichen ans Hauptgebäude beim Eingang und ist wo mein Handlanger, ne, in Spähe, sieht aus wie so ein Waschbär, also der macht jetzt nämlich mal für uns die Tür auf, wir werden mal ins Gebäude eindringen. Was? So? Scheiße. Dicker. Oh, okay, ich glaube nicht. Aber hier gibt's ja noch mehr Eingänge, das ist ja nicht das Problem, glaube ich. Obwohl, wenn einer zu ist, dann bestimmt alle zu. Aber wir wollten doch auf die Treppe! Na ja, egal, wir gucken, wir suchen uns einen Weg, wir lassen uns nicht unterkriegen. Hm, wir sind jetzt fünfmal ums Gebäude rum, da unten war noch eine Tür, geht nicht auf, hier die Tür, geht nicht auf. Wir sind einmal ganz außenrum in so eine kleine Nische, da war lauter Müll, da war der Hausmeister oder so und gleich, ihr nix hier, ihr müsst rumgehen, ne, Wundereingang, Bruder. Ich hab gesagt, kein Problem, wir gehen einfach oben rein, genau. Ja, ihr kennt einen ja eh keiner und so, deswegen, vielleicht hätte er auch gedacht, wir sind Einbrecher und hätte uns gleich mit seinem Besen verkloppt. Hat er aber nicht, war ganz freundlich. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir es machen. Aber aufgeben ist keine Option! So, ganz heimlich haben wir uns jetzt hier reingeschlitten. Der ist wohl, macht sich grad tierisch in die Hose, sag ich mal. Weil die Tür war ja zu, da konnte man gar nicht rein. Aber das Gebäude sah einfach so frontal aus. Wir wollen ja nur Treppenstufen filmen, das ist ja nichts Schlimmes. Jetzt kam zufällig da ein aggressiver Mann und ist zur Tür hier rein. Wir sind einfach hinterher gelaufen, das war dem auch scheißegal. Jetzt stehen wir hier im abgesicherten Bereich, da ist auch die nächste Tür. Aber die geht zum Glück auf. So, da ist auch der Islo wieder, ne? Jetzt drücken wir mal auf den Beutel. Und dann drücken wir nämlich hier mal. Dann haben wir schon geguckt. Wir wollen jetzt mal in das oberste Stockwerk fahren. Einfach nur mal so. Ist ein bisschen hoch, habe ich schon gesehen. Das Birnisch vergessen, habe ich hier abgestellt. Dicker, 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 dicker. Und da ist jetzt die 14, zack. Auf die 14 gedrückt. Das ist doch Wahnsinn. Bis hoch, mal gucken was da los ist. Hat man bestimmt eine schöne Übersicht. Darauf noch mal ein Bierchen. Wer zuerst runter fällt, hat verloren. Und was für Schritte das hier macht. Unten sieht eigentlich alles normal aus. Und dann plötzlich geht es 5, 8, 11, 14. Aber mal gucken, wir wollen ja die Leute nicht erschrecken. Okay. Wir sind angekommen. Hinter 14. Hier seht ihr es. Das ganz ohne Treppensteigen. Das neue Lied Aufzug fahren. Demnächst. Richtig brutal. Da müssen wir kurz meine Dose da abstellen. Oh mein Gott. Sie haben keine getötet. Die Schweine. Jetzt verstehe ich auch, wieso und ist wohl ein bisschen mulmig wird. Aber die eigentliche Treppe. Ja, war ja eigentlich hier draußen. Die Benutzung der Fluchtreppen und Balkone ist nur im Notfall gestattet. Das Abstellen von Gegenständen ist unersagt. Grüße an den Blumenkübel. Zutritt für Unbefugte verboten. Nein. Wir wollten doch nur auf diese Treppe, um da zu steigen. Hier, ne. Geht das auf? Ach, das... Leider geht es nicht auf. Ist abgeschlossen. Da müssen wir wohl wieder gehen, Bruder. Na ja, wir sind jetzt schon in der 14. Und da geht es einfach noch Treppenstufen hoch. Wer macht denn sowas? Da wirst du bestimmt oben mit dem Helikopter abgeholt, Bruder. So, der Isbo ist jetzt leider nicht mehr da. Den habe ich verloren. Mir geht schon richtig die Muffe, wenn ich das hier sehe, wie brutal das ist. Lass mich nicht mehr so schön bei mir auf den Kopf. Ich nehme ihn nicht mehr. Wir sind jetzt noch keine Muffe. Mach das. Ich nehme dagegen. Er stelle mich, dass es ziemlich leicht ist. Ich nehme dich alles vor, ich gebe mich. Ich gebe mich. Ich nehme meine Muffe, ich gebe mich. Du bist hier nicht mehr. Wir machen das dieser Tage. Ich nehme mich. Ich nehme mich. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir fix wieder runter und versuchen trotzdem noch ein bisschen was zu filmen für das Musikvideo. Lassen uns hier nicht davon beeindrucken. Leider doch kein Helikopterlandeplatz hier oben, wie vermutet, aber schönes Wetter, hier oben eine Grillparty, ne, setzt euch alle her, wir laden euch alle ein. So, wir sind jetzt wieder unten angelangt und sage und schreibe 50 Takes haben wir gemacht, ganz stolz immer, hier ist wo, zeigt man kurz auf seiner super Kamera 4 von 50, da seht ihr schon, was eine Aussicht, ne, bist du zufrieden? Super cool, Ramses hat es super gemacht, ja, Ramses hat es super gemacht und die Knie sind aufgescheuert und die Beine bluten, da sieht man doch gar nichts. Wir werden jetzt vielleicht mal kurz die Szene hier noch einblenden, was so ungefähr passiert ist, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr mir die schickt, blende ich die ein. Meine Knie, bitte tut mir eingefallen, klettert nie Treppen hoch auf den Knien, wenn ihr ne kurze Hose anhabt, seid nicht so wie wir, seid nicht nur hören, macht sowas nicht. Und ja, gehen wir jetzt wieder hier raus, nehmen wir hier gleich mal das Bier und die Tür und sehen, dass wir ziehen müssen, statt drücken, wenn man keine Hand frei hat. Ich lasse dich jetzt einfach allein, tschüss. So, muss ja keiner mitkriegen hier, alles gut, alles geheim und hier nochmal um zu zeigen, wie gefährlich das ist, mit dem ISMO-Video zu drehen, rennt schon wieder herum und macht blöde Fotos von meinem Bein, da kriegst du da, ne, und dann siehst du das so hier, da ist einfach das ganze Knie, oh mein Gott, sieht das freudig aus jetzt und hier alles aufgeschrammt, und ich glaube, die hat Schuppen, aber kein Problem, ne, könnte ich Werbung machen hier für irgendeine Wachscreme oder irgendwas, bei dem, ah, bei den Wandern sieht es auch nicht besser aus, hier auch volles Produkt, das ist voller Körpereinsatz, das sind die Dicken, oder die Behinderten, ne, die Bekloppten, keine Ahnung, wir ziehen aber erstmal weiter, wir wollen vielleicht nämlich heute noch mehr drehen, noch mehr, was ihr alles irgendwann seht, wenn es mal online kommt und da ist, das ist so episch, okay.